Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die gute alte Cancel Culture. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich vor über anderthalb Jahren mein Video zu diesem Thema gemacht habe. Und damals habe ich die Cancel Culture als ein erschreckendes Phänomen aus den USA betrachtet. Und ich hatte damals noch gehofft, dass das gesamte Thema uns hier erspart bleiben möge. Aber jetzt ist es hier, bei uns. Cancel Culture ist verdammt gefährlich, Leute. Und wenn wir nicht aufpassen, könnte sie auch unsere Gesellschaft ernsthaft bedrohen. Warum Cancel Culture so gefährlich ist und was die beiden Fritzen Meinecke und Merz damit zu tun haben, das erkläre ich euch jetzt. Ich habe in meinem Schreibtisch ja schon das komplette Skript für mein Friedrich Merz Video fertig. Und warte eigentlich nur noch darauf, dass er politisch mal wieder so relevant wird, dass es sich lohnt, so ein Video zu veröffentlichen. Ihr wisst ja, das Timing ist da immer wichtig. Aber währenddessen bereitet er sich jetzt schon darauf vor, sagen zu können, das ist doch alles Cancel Culture. Und der Trick dabei ist, Kritik wird im Vornherein delegitimiert. Man unterstellt eine übergreifende kulturelle Strömung, der der Kritisierte zum Opfer fällt. Und sich die, die aktiv canceln, zum strahlenden moralischen Wächter aufschwingen wollen, aber eigentlich das ganze Gegenteil davon sind. Sie sind feige Täter, ein angreifender Mob. Im schlimmsten Fall ist das eine astreine Täter-Opfer-Umkehr. Naja, Moment, 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 Moment. Geht von Cancel Culture nicht eigentlich eine Gefahr aus, die man wirklich, wirklich ernst nehmen sollte? Nun, wir sollten vielleicht zuallererst mal klären, was Cancel Culture eigentlich ist. Der Begriff, der fliegt uns ja mittlerweile wirklich um die Ohren. Und man kann ihn auf zwei verschiedene Arten lesen. Negativ konnotiert ist es ungefähr so. Der Begriff Cancel Culture soll ein kulturelles Phänomen und ein Klima beschreiben, bei dem für Gruppen es möglich ist, die Reputation einzelner Personen oder anderer Gruppen zu zerstören. Ja, und dabei wird dann implizit auch gesagt, dass diese Zerstörung der Reputation nicht in erster Linie auf eigene Fehler zurückzuführen ist, sondern die Willkür der Cancelnden und diese im schlimmsten Fall eben einfach nur eine politische Mission verfolgen. Bei der positiven Lesart ist der Hintergrund der Gedanke, dass mächtige und einflussreiche Positionen eben jetzt durch kollektive Anstrengung endlich angegriffen werden können und man durch Social Media in unterprivilegierten Gruppen dadurch endlich die Möglichkeit hat, Ungerechtigkeiten zu überwinden, die vorher nie überwindbar waren. Leute, das Thema, das ist mittlerweile riesig. Vor allen Dingen, wenn man verstehen will, was da eigentlich dahinter steckt und warum es ein zentrales Thema des Kulturkampfs geworden ist und was überhaupt ein Kulturkampf ist und warum Themen scheinbar generell immer politischer werden. Ich kann hier an der Stelle erstmal nur eine Einleitung geben. Wir werden uns dem aber später wieder widmen müssen eigentlich. Wie gesagt, erstmal hier nur ein Überblick und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir kommen erstmal an im Thema. So, wo kommt die Cancel-Culture eigentlich ursprünglich her? To Cancel Somebody hat seinen Ursprung so gegen Ende 2014 in einer Folge Love in Hip-Hop New York Man hat sich dann auf Twitter den Spaß daraus gemacht, diese Phrase zu verwenden, wenn man ausdrücken wollte, dass man mit jemandem wegen irgendeiner Lappalien nicht übereinstimmte. Und irgendwann waren das dann auch Prominente. Und das entwickelte sich dann mit der Zeit zu regelrechten Aufrufen, einen Prominenten für etwas zu canceln. Laut Anne Charity Hudley vom Lehrstuhl der Linguistik des afrikanischen Amerika an der University von Santa Barbara entstand diese Form des Boykotts in der Black Community. Und es ist konzeptuell verbunden mit den Bürgerrechtsprotesten der 60er Jahre, die den Gedanken weiterführen, dass, wenn man eben politisch keine Möglichkeit hat, man es auf individueller Ebene ablehnen kann, um vielleicht so ein Ziel zu erreichen. Ich zitiere an der Stelle mal. Das Canceln ist eine Möglichkeit anzuerkennen, dass man nicht die Macht haben muss, strukturelle Ungleichheit zu ändern. Man muss nicht einmal die Macht haben, die gesamte öffentliche Meinung zu ändern. Aber als Individuum hat man immer noch die Macht, etwas für sich zu verändern. Ich denke, am stärksten verbindet man hierzulande die Cancel Culture als eine Art gezielte Jagd auf Prominente. Denn beinah täglich gibt es ja neue Skandale und Enthüllungen über die verschiedensten Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Zumindest kommt es einem so vor. Und da kann man sich wirklich irgendwann mal fragen, woher kommt denn diese Kraft, die da scheinbar droht, Karrieren von jedem zu ruinieren, der es wagt, die moralischen Grenzen der Gesellschaft auch nur ein ganz kleines bisschen zu überschreiten. Wer bestimmt denn diese Grenzen und wann ist endlich Fritz Meineke dran? Und in diesem Framing ist der Täter am Ende wieder das Opfer rücksichtsloser Selbstjustiz, kann man fast sagen. Für viele Menschen ist dieser Prozess des öffentlichen Aufruhrs, sagen wir mal, zur Rechenschaftspflicht und des Boykotts, wenn nichts anderes zu funktionieren scheint, zu einem wichtigen Instrument der sozialen Gerechtigkeit geworden. So ein Weg durch kollektives Handeln, Macht und Gleichgewichte zu bekämpfen. Es ist immer ganz sinnvoll, sich die Frage zu stellen, wer profitiert von etwas. Und an dieser Stelle ist es vielleicht von Interesse mal zu fragen, wer könnte ein Interesse daran haben, gegen Cancel Culture zu kämpfen? Nun, auf der einen Seite sind es nun die, die befürchten, dass es auch die treffen könnte, die es gar nicht verdient haben. Und genau, die in sehr hohen Positionen, für die diese Form der demokratisierten Rufe nach Rechenschaft gefährlich werden könnten, weil sie eben bisher sich nicht an Recht und Moral halten mussten oder gehalten haben. Insbesondere konservative Politiker und Influencer haben sich zunehmend dem Argument verschrieben, Cancel Culture sei, anstatt einfach nur eine Möglichkeit zu sein, mächtigen die Wahrheit zu sagen, sie zur Rechenschaft zu ziehen, etwas, das außer Kontrolle geraten ist, ja zu einer unberechenbaren Form der Mobherrschaft in den sozialen Medien geworden. Etwas, das man aufhalten muss. Die Realität ist allerdings ein bisschen komplexer. Und es gibt da unterschiedliche Mechanismen, sage ich jetzt mal, zwischen öffentlich kritisieren und tatsächlich canceln, gibt es große Unterschiede. Auch zwischen den Auftrittsformen in Deutschland und den USA gibt es Unterschiede. Und wirklich aktiv gecancelt wurde eigentlich fast niemand. Außer, es handelt sich tatsächlich um rechtliche Verfehlungen, die da zugrunde liegen. Und je nachdem, wie schwer die dann wiegen, wirken die strafen sich dann eben auf die Prominenten aus. Ihr fragt euch jetzt zu Recht, Moment, der Ruf vieler von diesen Personen ist doch wirklich irreparabel beschädigt worden. Hier mal ein Beispiel. Ihr erinnert euch doch beispielsweise daran, dass J.K. Rowling für transfeindliche Tweets gecancelt wurde. Der Fall war natürlich sehr groß. Es ging ja hier schließlich um die erfolgreichste... Die erfolgreichste? Eine der erfolgreichsten Autoren aller Zeiten auf jeden Fall. Und obwohl man den Eindruck hatte, dass es damit jetzt ernst um Harry Potter an sich, um die Bücher, um all das, dieses ganze Vermächtnis stand, ist die Realität tatsächlich eine andere. Der Absatz von Harry Potter Büchern stieg um 28 Prozent, nachdem sie ein Traktat zu diesem Thema veröffentlicht hatte. Man wirft auch gerne alles Mögliche in einen Topfer, obwohl es da, wie gesagt, Unterschiede gibt. Es gibt zum Beispiel die Call-Out-Culture, die Outrage-Culture. Es gibt Shaming, es gibt Trolling. Grundlegend einfach Belästigung via Social Media. Will man die Cancel-Culture als solche negativ framen, dann setzt man sie eben mit Shaming und Trolling gleich. Also einer gezielten Vernichtungsaktion. Natürlich gibt es prominente Beispiele, die gecancelt wurden. Harvey Weinstein, Bill Cosby, R. Kelly. Die sind weg, weil sie jetzt im Knast sitzen für die vielen schlimmen Dinge, die sie in den letzten Jahrzehnten so getan haben. Hier wurden über Jahrzehnte Männer durch Macht und Geld geschützt, bis die Öffentlichkeit es unmöglich gemacht hat, dass sie mit ihrem Treiben weiter davongekommen sind. Dann gibt es noch andere Beispiele, Johnny Depp und Kevin Spacey beispielsweise. Wieso wurden die gecancelt? Naja, in beiden Fällen standen schlimme Anschuldigungen im Raum und die Firmen, für die sie sozusagen arbeiteten, für die sie engagiert wurden, entschieden sich, dass deren Ruf zu verbrannt ist, um damit noch sicher Geld machen zu können. Netflix, Disney, da geht es um Shareholder-Value. Und wenn ihr mit jemandem einen Familienfilm drehen wollt, der offiziell Wife-Beater genannt werden soll, könnte das vielleicht zu Kursverlusten führen. Die wenigsten Fälle haben langfristige Konsequenzen, gerade wenn es keine juristischen Konsequenzen gibt. Haben diese CSU-Politiker den Fakt, dass sie Politiker des Bundestags sind, ausgenutzt, um sich einen Vorteil bei Maskendeals zu Beginn der Corona-Pandemie zu verschaffen? Ja. Gab es zu Recht einen riesigen Empörungssturm? Ja. Durften sie das Geld behalten? Ja. Fall erledigt. Twitter ist eben nicht die reale Welt. Listen and repeat. Aber Moment, natürlich gibt es eine Kehrseite, denn nicht jeder Protest, jeder Outrage ist begründet oder berechtigt oder richtig. Das würde ja voraussetzen, dass die Leute, die im Internet irgendwas posten, stets nur moralisch richtig, faktisch korrekt, ausgestattet mit allen Hintergrundinformationen und der Kenntnis aller Zusammenhänge irgendwas posten. Überraschung. Es ist nicht so. Jeder will und er soll mittlerweile auch zu allem immer eine Meinung haben. Und meistens haben die Leute keine Ahnung, wovon sie da überhaupt sprechen. Ich erinnere mich an diesen Talk zwischen Lanz und Brecht, wo ich live auf Twitch im Stream, ihr wart vielleicht dabei, gezeigt habe, dass jeder angebliche Fakt, den Brecht da vorgetragen hat, einfach komplett falsch war. Und das ist unsere Gesellschaft im Jahr 2022. Ich würde das ja eine Art Meinungsinflation nennen. Und diese Dinge, die da auf der großen Bühne passieren, die haben einen Einfluss. Nicht etwa nur auf Politiker und Prominente, sondern auch auf den ganz normalen Menschen da draußen. Nämlich die Angst, selber gecancelt zu werden, kommt auf, auch wenn das eigentlich irrational ist. Aber, ne, Angst ist immer irrational. Und damit verbunden eben auch der Versuch, sich vorauseilend entsprechend zu verhalten. Auf der anderen Seite wirkt das aber auch auf Nachahmer, die sich dann berufen fühlen, Dinge zu attackieren, die ihnen nicht passen. Das ist aber keine neue Kultur, sondern schlicht sichtbarer und auch einfacher. Um früher überhaupt wahrgenommen zu werden, musste man ja erstmal transparent basteln und auf die Straße zu gehen. Und heute reicht einfach ein Tweet vom Sofa aus. Deswegen merken wir doch, dass die Aufregung wegen eines Themas immer so schnell wieder weg ist. Es ist keine Dedication mehr notwendig und die wird auch einfach nicht mehr mitgebracht. Und wie diese Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft funktionieren, das sehen wir beim Humor sehr gut. Das ist quasi ein Brennglas für diese Entwicklung, weil der sich auch stark mit der Zeit verändert. Vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass man zu einem spezifischen Publikum gesprochen hat, von dem man vielleicht sogar wusste, dass es die Ironie, den historischen Kontext, die Zweideutigkeit oder einen anderen Hintergrund verstehen würde. Und wenn nicht, naja gut, dann konnte man ja einen Brief an die Redaktion schreiben oder sich im Teletext beschweren. Ihr merkt schon, da sind Dinge auch einfach stehen geblieben, die vielleicht hätten kritisiert werden können. Da sie aber nicht offen angezweifelt wurden, erschienen sie legitimer. Und deswegen haben wir jetzt das Gefühl, ja früher durfte man das noch sagen. Vielleicht hatten die, die damals schon ein Problem damit hatten, einfach nicht die Möglichkeit, etwas dagegen zu sagen. Nun ist es natürlich klar, wir haben Gesetze, die ganz klar festhalten, in welchem Rahmen man sprechen und argumentieren darf. Und alles andere, das muss, auch wenn es uns nicht passt, eine Demokratie auch aushalten müssen. Sonst können wir dieses ganze Konzept auch gleich wieder sein lassen. Aber natürlich müssen wir diesen Rahmen erweitern, um Normen, die in der aktuellen Gesellschaft halt einfach gelten. Weil Gesellschaft, Zusammenleben ist im Wandel und es gehört dazu. Seit einigen Jahren ist erkennbar, dass Cancel Culture so als Thema besonders häufig von konservativen Medien adressiert wird. Und zwar mit einem sehr stark angsteinflößenden Framing. Ja, so Angst vor einer politischen Gruppe, die angeblich das gewohnte Leben normaler, konservativer Bürger bedroht. Eine Studie, die habe ich euch natürlich unten verlinkt, hat herausgefunden, dass nur 7% der Republikaner, also in den USA, nicht wissen, was Cancel Culture bedeutet. Während die Demokraten mit 16% quasi genau der allgemeinen Stichprobe entsprachen. Also Konservative mehr mit diesem Thema konfrontiert. Auf der Republican National Convention 2020 sprach ein ganzes Drittel der Sprecher über Cancel Culture. Und Trump selbst sagte, das Ziel der Cancel Culture ist es, anständige Amerikaner dazu zu bringen, in der Angst zu leben. Gefeuert, ausgewiesen, beschämt, gedemütigt und aus der Gesellschaft, wie wir sie kennen, vertrieben zu werden. Also was soll man sagen, wenn man jemanden so deutlich zu verstehen gibt, das ist das Problem, das ist der Feind, das wird dich zerstören, wenn du es zulässt. Klar, da könnte möglicherweise eine kleine Panik entstehen, würde ich sagen. Dabei muss man ja eigentlich nur vor einem Angst haben, vor dieser Frisur. Aber apropos Frisur, Friedrich Merz sieht ja die Cancel Culture neuerdings als die größte Bedrohung für dieses Land. Alle reden sie immer von Freiheit. Und Freiheit ist auch bei uns mittlerweile so ein Begriff geworden, der gleichzeitig alles und nichts bedeutet. Gerade durch die Anti-Corona-Proteste der letzten Jahre hat der Begriff an Bedeutung für die Menschen gewonnen. Aber auch an Bedeutung verloren, weil man eben so viele Auslegungsmöglichkeiten dieser verschiedenen Deutungsfragmente gefunden hat, dass es alles so undefinierbar geworden ist, dass es für nichts, aber auch gleichzeitig alles stehen kann. Wie gesagt, Merz sagte, die größte Bedrohung der Meinungsfreiheit ist inzwischen die Zensurkultur auch als Cancel Culture bekannt. Das ist, wie gesagt, etwas, das mittlerweile zum Kampfbegriff der neuen Rechten geworden ist. Der Kampf gegen Rechts sei laut Friedrich Merz auch ein schwammiger Begriff, den vermeintlich linke Aktivisten missbrauchen, um gegen völlig legitime Meinungen des demokratischen Spektrums oder sogar wissenschaftliche Erkenntnisse vorzugehen. Ich sehe mit Besorgnis, was an den Universitäten in den USA passiere, es schwappe auch nach Europa über. Und das Beispiel für Friedrich Merz war der Vortrag von Marie-Louise Vollbrecht. Eine der Mitautoren des Weltartikels, über den ich vor ein paar Wochen mal so ein Video gemacht habe, wo ich dem Artikel unter anderem eine antisemitische Weltsicht nachweisen konnte und selbst Springerchef Matthias Döpfner ihn als intolerant, herablassend und Ressentiment geladen, sowie wissenschaftlich bestenfalls grob einseitig betitelt hat. Also eine Expertin für Meeresbiologie, die ihren wissenschaftlichen Ruf erst vor ein paar Wochen durch die Unterstützung dieses gefährlichen, neurechten Propagandatraktats arg demoliert hat. Eine solche Person sollte zur Nacht der Wissenschaften sprechen. Und der Titel dieser Nacht der Wissenschaften war Wissenschaft als Antwort auf Fake News, Verschwörungstheorien und fatale Irrtümer. Ich finde das gelinde gesagt ein bisschen irritierend und gerade im universitären Umfeld durchaus kritikwürdig. By the way wurde die Veranstaltung trotzdem durchgeführt. Ich verlinke euch zu diesem ganzen Fall einfach mal einen ziemlich neutralen Artikel vom Tagesspiegel da unten, den ich sehr gut finde. Aber dieser Fall wurde wochenlang diskutiert und zu etwas aufgeblasen, dass er niemals war. Ein Vorfall von kultureller Tragweite. Aber Friedrich Merz, der lernt von seinen Vorbildern. Er kopiert einfach die Strategie nach Deutschland, weil das ja hier noch recht neu ist und haut mit voller Wucht in die Kerbe. Es ist schon beeindruckend, mit welcher Bestimmtheit dieser Begriff jetzt für den eigenen Kulturkampf übernommen wurde. Es ist erstaunlich, wie schnell das ging, weswegen ich es jetzt einfach wichtig fand, ein intensives Video dazu zu machen. Indem er Cancel Culture als Gegenspieler zur Meinungsfreiheit positioniert, markiert er jeden gesellschaftlichen Fortschritt, der mit bisher gewohntem bricht und der von der weißen Mehrheitsgesellschaft ein nachdenkenden, umdenkende, kleine winzige Kraftanstrengung verlangt, theoretisch als Feindbild, dass er mit dem Kampfbegriff Cancel Culture canceln kann, wenn ihm danach ist. Er hat sozusagen das Framing aufgebaut. Es ist bereit, benutzt zu werden. Ich muss zugeben, wäre es nicht so übel, würde ich Friedrich Merz persönlich schon fast ein bisschen putzig finden, weil der ist so unaktuell und so plump mit seinen politischen Manövern. Ich habe euch beispielsweise einen Artikel vom Time Magazine unten verlinkt, bei dem bereits 2019 darüber gesprochen wurde, wie konservative Politiker in den USA Cancel Culture als Mittel zur Delegitimation von Kritik missbrauchen. Also er ist da schon so ein paar Jahre hinter dem Trend hinterher. Nicht nur die Eskalation des Themas um den Vortrag der Biologin zeigt es auch in dem Time-Artikel, sieht man es. Da ist es bereits analysiert worden, die Überhöhung von Konflikten ist ein Teil des politischen Bestecks. Das war Absicht, dass dieses Thema plötzlich so groß war. Das Thema an sich interessierte niemanden, aber der Hype da drum, der war sehr, sehr lukrativ. Man mobilisiert die eigenen Kräfte, weil sie sich doch bitte einmal angegriffen fühlen sollen. Auch wenn es eigentlich keine ernsthafte Bedrohung gibt, ähnlich der permanenten Behauptung einer Unterwanderung der Medien und der Presse durch LGBTQIA+. Die Ringe der Macht sind nicht colorblind gecastet, weil man das heute jetzt muss, wegen dieser Elite, sondern weil es nach kommerzieller Sicht viel versprechender erschien. Warum? Naja, weil die Zielgruppen, die das erreichen kann, eben nicht nur mitteleuropäischer Optik entsprechen. Denkt ihr wirklich, Amazon macht das, um positive, menschliche, progressive Symbole zu senden? Come on! Worum es sich bei dem Aufgreifen solcher Diskursthemen wirklich handelt, ist sogenannter Ragebait. Man greift einfach Themen auf, die in der Öffentlichkeit maximale emotionale Resonanz erzeugen und eben die Leute auf diesen Kulturkampf einschwören sollen. Und dieser Ragebait, der hat mehrere Funktionen. Zum einen werden damit Feinde markiert und es werden auf der anderen Seite die Reihen der Gleichgesinnten geschlossen. Außerdem ist es eine Ablenkungsstrategie von großen Themen, die wichtiger zu diskutieren wären. Aber Ragebait ist leider sehr erfolgreich, weil die Leute einen Tunnelblick bekommen. Und damit kann man auch gut von den eigenen politischen Schwächen ablenken und im Vornherein dafür sorgen, dass die eigenen politischen Anhänger bereits vorbereitet sind auf Angriffe von außen. Dass alles, was man an berechtigter Kritik erhält, wie es einem gerade selbst in den Kamm passt, als politisch orchestrierte Aktion aus Bösartigkeit dargestellt werden kann. Wie Diana zur Löwen, die jetzt passenderweise genau da ist, wo sie hingehört. Nämlich als Investorin bei der Höhle der Löwen. Die die damals noch öffentlich einsichtbaren Dinge, die ich zusammengetragen habe und die sie danach dann panisch gelöscht hat. Wo sie halt dann einfach als Fake News bezeichnet hat. Da ist was aus den Staaten rüber geschwappt. Aber es ist nicht Cancel Culture, sondern eine Kultur der Denunziation politischer Gegner, sobald diese einen Kritikpunkt entdeckt haben. In dem Sinne ist ja eigentlich das dann die eigentliche Cancel Culture. Jedenfalls Merz bereitet sich darauf vor, denn die nächste Wahl, die kommt ja. Ich zitiere mal. Wie Gottschalk sehen sich viele in eine Zeit zurück, in der alles erlaubt war. Zumindest Menschen wie ihm. Damals sei jeder Witz, jede Beleidigung gegangen, solange ihn jemand lustig fand. Das sagt er in einem Interview der SZ. Was mit all denen war, die darüber gar nicht lachen konnten, interessierte früher nicht. Durch diejenigen, die etwa am Samstagabend zusammenzuckten, wenn er vor laufender Kamera Frauen ungefragt getätschelt hat. Oder die es gar nicht lustig fanden, als Gottschalk 2017 ein Foto von sich im Jimi Hendrix-Kostüm auf Twitter postete. Inklusive Blackfacing. Cancel Culture ist eine Ausrede geworden, sich nicht mehr mit Kritik im Netz auseinandersetzen zu müssen. Oder die individuelle Verantwortlichkeit abwälzen zu können. Durch die direkte Erreichbarkeit ist jeder User für jede Äußerung jederzeit accountable geworden. Und in den letzten Jahren hat sich da vermutlich was verändert. Nämlich, dass der Einzelne sich dessen bewusster ist, was sag- und machbar ist. Es ist also eher eine Kultur der Verantwortlichkeit. Und diese wird von Usern auch eingefordert. Und das führt uns jetzt zu Fritz Meinecke. Wie die Diskussion um die Cancel Culture bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das wurde jetzt deutlich in seinem Fall. Im letzten Jahr gab es vermutlich niemanden, der auf YouTube und darüber hinaus den enormen Erfolg von 7 vs. Wild nicht mitbekommen hat. Und diese Bekanntheit, die sorgt auch dafür, dass gewisse Vorgänge und Aussagen eben nicht nur mehr die Kernzielgruppe wahrnimmt, sondern auch darüber hinaus Menschen, die Dinge vielleicht kritischer sehen als jahrelange Fans. Was eigentlich ein ganz natürlicher Prozess ist, den eigentlich jeder Creator wahrnimmt, der schon mal in den Trends war. Um genau zu sein, ging es um eine frauenverachtende Äußerung in einem seiner Videos. Das haben tatsächlich hunderttausende von Usern gesehen, also nicht nur eine Gruppe von Kerlen, mit denen man am Stammtisch sitzt und wo sowas mal durchrutschen könnte. Nein, es fiel auf. Völliges Unverständnis bei Fritz im Zuge dieses Outrages. Jetzt sind zwei Dinge interessant. Zum einen, dass die Videos der Reihe insgesamt sehr, sehr gut ankamen. Also von abgesagt werden war da keine Spur, sondern es kamen vermutlich noch zusätzliche Aufrufe von denen obendrauf, die sich das auch ansehen wollten. Und zum anderen, dass es eben keine direkten Konsequenzen für ihn gab. Ja, keine Werbepartner, die sagen, puh, also nachdem Fritz das jetzt gesagt hat, ist er einfach unten durch, das wollen wir nicht mehr. Wer gesagt hat, nee Fritz, das war scheiße, der hat das getan, damit hat er dann Recht gehabt und damit war die Sache in dem Sinne erledigt. Aber Fritz hat weder die Dynamik hinter dieser Entwicklung verstanden, noch hat er scheinbar verstanden, dass er als Vorbild und Mensch einer massiven öffentlichen Präsenz da auch auf die Werte achten sollte, die er da verbreitet. Also nicht nur aus pädagogischen Gründen, sondern weil die Wahrscheinlichkeit ja einfach steigt, dass man Leute erreicht, die sich wirklich beleidigt fühlen könnten. Und die anders als vor 30 Jahren eben auch mal was dazu sagen könnten. Ja und dieser Stress, dass dem dann auch mal so ist, der macht dann halt wütend. Ich würde sagen, einmal ist keinmal und auch wenn das Video um diesen Witz herum aufgebaut war und das Thumbnail so gestaltet war, muss das jetzt kein Hinweis auf sein Weltbild sein, sondern vielleicht einfach wirklich ein Joke, der zu weit ging. Gut, er kann natürlich auch der Meinung sein, dass er Millionen Menschen in seiner digitalen Man Cave zeigen möchte, dass man Menschen zum Spaß herablassen behandeln kann, weil er das noch aus seiner Kindheit vor 30 Jahren so kennt. Und das ja damals immer okay war und er nicht begreift, dass sich im Vergleich zu damals Witze, die nach unten treten, auch von denen, auf die getreten wird, beantwortet werden können. Das wäre zwar schade, aber dann ist das halt so. Deswegen mag ich Kabarett. Kabarett tritt nach oben. Um Tanja Valencik aus dem Spiegel zu zitieren. Statt über die Menschen zu lachen, die in ihrem Alltag ohnehin viel aushalten müssen, lachen wir lieber über diejenigen, die lange die Macht hatten und immer noch haben. Politiker, Reiche und ja, auch alte, weiße Männer. Jedenfalls veröffentlichte Fritz dann ein Statement auf Instagram, in dem er so viel sagte wie Ich habe zwar Millionen Follower, aber ich bin ihr das Opfer. Das Opfer einer Gesellschaft, die nicht so harten männlichen Soldatenstuff machen will wie ich. Er ist zwar derzeit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Figuren dieser Gesellschaft, was dem ja widersprechen würde, dass für all das kein Platz wäre, aber egal. Die Gesellschaft ist eben nicht mehr so wie vor 30 Jahren, als er aufgewachsen ist und das harte, männliche Männer unter sich ausgemacht haben, was, wie, wo und wann okay war. Er bezeichnet die Gesellschaft als verweichlichte Gutmenschengesellschaft. Er sagt, er sie divers innen. Er spricht von politischer Korrektheit und von Redeverboten. Er sagte, wenn ich wirklich mal sagen würde, was ich denke, Junge, dann müsstet ihr mich in dem Sinne richtig hart canceln. Aber nicht nur das. Er wäre dann auch überall gebannt, hätte keine Kooperationspartner mehr etc. Ich wollte mich mit Fritz ja über Cancel Culture unterhalten. Leider habe ich dann nur diese passiv-aggressive Nachricht zurückbekommen. Schade. Ich habe echt keine Ahnung, warum nie jemand mit mir reden will. Und wenn dann nur ohne Aufzeichnung, wie bei Diana und bei Finn. Ohne Mist, ich würde lieber irgendwelche Missverständnisse aus der Welt schaffen. Aber, naja. Ich finde auf jeden Fall nicht nur den Reflex an sich höchst erstaunlich, sich quasi in erwartbarer Weise aufzuregen. Auch die von Fritz verwendeten Worte sind höchst interessant. Und ich hätte gerne mal gewusst, ob er verstanden hat, dass wenn er sagt, er wäre dann überall gebannt, das impliziert, dass er dann theoretisch Inhalte veröffentlichen müsste, die extremistisches Bedrohungspotenzial hätten oder rassistisches Gedankengut oder Falschinformationen verbreiten. Was quasi die Anforderung wäre, um auf YouTube tatsächlich gebannt zu werden. Und ob er seine Haltung tatsächlich so einschätzt oder ob das alles ein missglückter Witz war. Denn das verursacht noch ein viel, viel unangenehmeres Gefühl als der andere miese Witz. Ich hätte das einfach mal ganz gerne gewusst. Am Ende ist es ja erstmal egal, ob Fritz diese politische Meinung wirklich hat, solange es die Inhalte im Video nicht beeinflusst. Und Fritz behauptet in seiner Antwort an mich, dass er mit Politik nichts zu tun hat und nur der Typ sei, der auf Bäume klettert. Also mal abgesehen davon, dass diese Infantilisierung und damit die Verharmlosung von sich selbst aus dem Munde eines Ex-Soldaten irgendwie skurril ist, zeigt er mit dem Posting, dass es das eben doch ist. Denn mit diesem und anderen Posts bezieht er eben politisch Stellung. Der verwendete Sprachcode ist derselbe, den ich hier auch zur Genüge bei uns in Sachsen-Anhalt auf jedem Dorf höre. Er kommt ja auch aus Sachsen-Anhalt. Das ist kein Ausdruck eines konservativen Geistes einfach nur. Das wäre schön. Reflektive, konservative hört man ja immer weniger. Nein, es ist neue rechte Kampfrhetorik. AfD nah, indoktriniert, unreflektiert, überheblich. Ich weiß nicht, ob Fritz es weiß. Ich wollte ihn das ja fragen. Aber mit diesem Code bedient er den sogenannten Partyismus. Und nein, das hat leider nichts mit Party zu tun, sondern mit Parteien. Es geht um eine bedenkliche Entwicklung in unseren Demokratien. Und jetzt muss ich sagen, wird es wirklich sehr unangenehm. Der an der Stanford University lernte Shanto Iyengar stellte in einem Experiment 2017 fest, dass die Stärke der Bindung der Menschen an ihre politische Partei, die Zugehörigkeit zu ihrer eigenen Rasse, Religion und anderen sozialen Kategorien bei Weitem übersteigt. Und er stellte auch fest, dass diese zunehmende parteiische Spaltung nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen etablierten Demokratien vorhanden ist. Man nennt das Partyismus. Im Experiment sollten dann die mehr als 4000 Probanden aus Belgien, Spanien, Großbritannien, der USA Geld an eine unbekannte Person verschenken, von der sie nur ganz wenige Fakten wussten. Und dabei stellte sich heraus, dass die politische Zugehörigkeit in 88% der Fällen entschied, wer das Geld bekam. Weil die politische Zugehörigkeit am ausschlaggebendsten über das Wesen der Person wahrgenommen wird. Aber noch ein anderer Punkt ist sehr interessant. Der Forscher kam zu dem Schluss, dass die Probanden eher durch Feindseligkeit gegen Personen außerhalb der Gruppe als durch die Bevorzugung der eigenen Gruppe motiviert war. Und hier sehen wir den Langzeiteffekt von etwas, das ich bereits im Wahlkampf 2021 angesprochen hatte. Die Verrohung der politischen Kultur, die zu einer immer heftigeren Spaltung führt. Aber warum? Nun, laut Stanford ist es so, dass im Gegensatz zu Rasse, Religion und Geschlecht, wo ja soziale Normen das Verhalten diktieren, es nur wenige, wenn überhaupt, Einschränkungen für den Ausdruck von Feindseligkeit gegenüber Menschen gibt, die gegensätzliche politische Ideologien haben. Also kurz, man kann politische Gegner einfach härter beleidigen als alle anderen Menschen. Und tatsächlich kann ein ungehobeltes Verhalten, sage ich jetzt mal, auch durch die Parteiführer selbst gefördert werden. Und ich meine, schaut euch die AfD hier an, die tut ja das Möglichste, um die Politik in Deutschland auch verbal in die Gosse zu führen. Die Spaltung wird auch durch die Häufigkeit von Wahlkämpfen begünstigt und vor allen Dingen negative Angriffswerbung, wie wir sie auch Wahlkampf 2021 gesehen haben. Und dieser Trend, der wird sich in den nächsten 30 Jahren noch verstärken. Also da kommt was auf uns zu. Und wir haben ja 2021 schon sehr viel Unsachlichkeit, Trollaktion, Desinformation miterleben müssen. Wir erleben die Spaltung der Lager alltäglich. Und der gegnerischen politischen Seite die Unterstützung einer Kultur der Angst, Unsachlichkeit, Unwissenschaftlichkeit und am Ende auch Hetze vorzuwerfen, das ist eben Mertens Beitrag zu dieser Kultur. Lasst uns jetzt vielleicht mal ein Fazit finden. Cancel Culture, das ist ein Kampfbegriff der Lager, die durch fortschreitende Polarisierung immer weniger Wert auf einen gemeinsamen Konsens als vielmehr auf Kampf legen. Es geht nicht mehr um die Verbesserung der Lebenssituation, sondern nur um den Sieg. Hier davon zu sprechen, dass man um die Kultur kämpfen muss, ist vor allen Dingen eins Dogwhizzling. Und Ausdruck des Unbehagens, dass es plötzlich Menschen gibt, die eine Stimme erlangt haben, die sie ohne Social Media so nie gehabt hätten. Und es ist zugleich auch die Legitimation des eigenen, vorauseilenden Diskreditierens des anderen politischen Lagers. Cancel Culture wurde von einem lustigen Internetphänomen über eine Gleichberechtigungsbewegung zu einem Kampfbegriff der neuen Rechten. Man bezeichnet diese neue Bedeutung und Verwendung des Begriffs übrigens als Second Wave of Cancel Culture, während der Ursprung in Vergessenheit geraten ist. Es werden Schläge ausgeführt und Strategien entwickelt, wie man selbst in Deckung gehen kann. Und ganz ehrlich, dass aus einer privilegierten Position heraus Agierende sich anmaßen, darüber zu klagen, für ihre öffentlich sichtbaren Handlungen verantwortlich gemacht zu werden, das halte ich für eine absolute Frechheit. Wenn du dich anmaßt, zu einer Gruppe von Menschen sprechen zu dürfen, bist du automatisch für jedes Wort verantwortlich, das du sagst. Und auch das Argument, dass ja jemand erstmal bei sich selbst im Privaten anfangen sollte, eher Influencer oder Politiker kritisiert, das halte ich für absurd. Schließlich leben sie vom und durch das Volk. Jetzt vielleicht mal meine Meinung. Es gibt keine Cancel Culture, wie sie jetzt von rechts beschworen wird. Es gibt aber politische Kämpfe um die Köpfe und die Deutungsrohrer. Und auf der einen Seite ist es eben Teil des Kampfes, sich dem Cancel von Themen, Institutionen und Personen zu bedienen. Aber es ist auch Kampf, eben diese Aktion als eine Kultur zu bezeichnen und damit im Vorfeld eine gesunde Fehlerkultur abzuwirken, die notwendig wäre, um die wiederum aufzuhalten, die tatsächlich schädliches Verhalten und Praktiken an den Tag legen. Es ist gut, dass Menschen, die in jeder anderen Zeit unangreifbar gewesen sind, heute verantwortlich gemacht werden können. Aber auch Menschen haben Macht über Diskurse bekommen, die eigentlich gar keine Qualifikation besitzen, um sich dazu äußern zu dürfen. Und je mehr Unwissenheit und Meinung existiert, desto heftiger toben die Konflikte, zumindest online. Wenn Merz jetzt sagt, alles ist Cancel Culture, dann hat er von Donald Trump gelernt, dass es smart ist, damit jetzt zu beginnen, um dann bei der Bundestagswahl später jede völlig berechtigte Kritik damit von sich weisen zu können. Das ist eine offensichtliche und eine logische Strategie. Einzelpersonen zu viel Macht zu geben ist gefährlich, aber die Panik vor dem gecancelt werden ist zumindest in Deutschland irgendwie skurril. Niemand ist jemals wirklich weg. Um mal Star Wars Episode 8 zu zitieren. Ein Film, der so schlecht war, dass man nicht erwartet hätte, dass Teil 9 wieder über eine Milliarde einspielen sollte, aber naja, genau das ist passiert. Thomas Gottschall kam 2017 mit Blackfacing durch. Luke Mockridge, der tritt immer noch in Stadien auf. Philipp Amthor sitzt immer noch im Bundestag. Frau Giffey ist Oberbürgermeisterin von Berlin. Karl Theodor zu Guttenberg hat eine RTL-Sendung. Jens Spahn ist jetzt Energieexperte der Union. Und ganz ehrlich, ich bin gespannt, wann und vor allen Dingen wie der gute Finn zurückkommt. Wisst ihr Leute, ich wünschte, wir hätten eine Konsequenzkultur. Wo Menschen einfach unabhängig von Stellung und Macht die Konsequenzen für ihr Handeln und ihre Entscheidungen tragen müssen. Und ganz ehrlich, eine Gesellschaft, in der immer deutlicher wird, dass einige nie Konsequenzen tragen, während andere stets die Zeche zahlen, die wird einfach unruhig mit der Zeit. Und die Ängste dahingehend für den eigenen Kampf zu benutzen, lohnt sich politisch sehr. Das ist brandgefährlich. Und das sieht man am Beispiel der USA. Ich persönlich sehe jetzt nicht, dass wir erleben, dass weitere Bereiche des Lebens durch Political Correctness eingeschränkt werden. Zum einen ist, wie gesagt, Twitter nicht das echte Leben. Und meistens würde es einfach schon mal reichen, einmal kurz sein eigenes Gehirn einzuschalten und zu überlegen, war das, was ich gerade getan habe oder gesagt habe, wirklich in Ordnung? Oder war das einfach nur dumm, egoistisch, unnötig oder übergriffig? Das gilt sowohl für Kritisierte als auch für Kritisierende. Unter Stelle nie Bösartigkeit, wo Dummheit als Erklärung ausreicht oder eben vielleicht auch fehlende Achtsamkeit. Ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen mehr Vorsicht darauf, dass wir uns als Gesellschaft immer mehr in unversöhnliche politische Gegner aufspalten. Das wär's doch. Und diese Achtsamkeit, die täte auch Fritz Meinecke mal ganz gut. Ja, ist zwar jetzt nicht so eine männliche Muskelschweißgeschichte, aber hilft bestimmt auf Dauer. Denn bei ihm scheint es so, ob bewusst oder unbewusst, kann ich nicht sagen, aber als ob er sich der Entwicklung angeschlossen hätte. Und das wäre doch wirklich schade. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Gebt dem gerne eine Bewertung, teilt es mit euren Freunden und lasst mir vor allen Dingen ein kleines Abo da. Tschüss.